Und aber ein herzliches Willkommen zurück bei einer weiteren Folge von Let's Play Fiesta Online. Ich bin's der Dü, der Julian ist auch wieder mit dabei. Der Detonation ist nicht mit dabei. Der ist AFK, weil ihm langweilig ist. Report. Report, ja genau, richtig, reported. Mann, 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 Mann. Ja, also wie gesagt, was kann man dazu sagen? Es ist schon irgendwo auf jeden Fall ziemlich nervig, weil ich es auch von anderen Spielen her mittlerweile so kenne, dass dort halt die Leute halt irgendwie ein Stück weit bestraft werden, gerade bei League of Legends halt meinem, bei meinem League of Legends, ich liebe dieses Spiel. Und da wird halt, da werden die, da werden die Leute halt auf jeden Fall gut und fair dann halt auch aus dem Prozess halt gezogen. Manche Sachen sind natürlich auch da nicht in Ordnung, das ist natürlich immer klar, aber gut, Aion, wenn man das vergleicht, war es auch so gewesen, dass man dann auch wirklich teilweise AFK-Leute oder Leecher hatte. Beziehungsweise war es da dann das Problem, dass die bei Aion hatten die die Server halt ein Stück weit, wie soll man sagen, die haben die KQ-Instanzen haben die halt zusammengelegt. Das heißt, du hattest dann halt am Ende mit polnischen Spielern teilweise auch zusammengespielt oder mit spanischen Spielern oder mit Franzosen oder sowas in die Richtung, für PvP-KQ oder für solche PvP-Events halt, sagen wir es mal so. Und am Ende war es halt so, du hattest dann 24 gegen 24 Spieler und davon waren halt am Ende zwölf Leute da. Und selbst wenn die Leute AFK sind, für dich persönlich aus Deutschland ist der Polar einfach nur irgendein Random 1, 2, 3. Wenn der noch auf deinem Server spielen würde, dann könntest du den scheiß Namen wenigstens merken und wüsstest dann beim nächsten Mal, dass du den nicht irgendwo mitnimmst. Aber so ist halt einfach so ein Random 1, 2, 3. Naja, aber so ist das halt. Und damit haben halt auf jeden Fall immer viele Spiele halt immer so ein bisschen das Problem. Ja, man kann es auch nicht so wirklich verhindern. Ja, es ist halt schwer. Es kann halt wirklich mal was dazwischen kommen. Ziehe dem Beispiel, was halt letzte Woche bei mir, beziehungsweise was ich halt in der letzten Folge halt mit angesprochen habe und letzte Woche dann halt auch der Fall war bei mir. Und ja, es ist schon auf der einen Seite dann halt auch ein bisschen ungerecht, weil du halt dann doppelt halt sozusagen bestraft wirst, halt sagen wir mal so. Theoretisch müsste man in jede Kaku einfach einen GM stecken und dann wird das Problem gelöst. Ja, und wer soll das denn machen? Wer hat denn da Bock dazu? Auch unser Clary hat DC. Wer soll das denn machen, ne? Oh, danke doch mal fürs Buffen. Kein Problem. Der Clary ist somit aus der Kaku raus. Kommt nicht mehr rein, ne? Nein, der wird in den Portalfeld wieder eingeloggt. Das gilt als Bug. Ja. Kann ich hier den Detonation irgendwie dazu bringen, dass er irgendwie rausfliegt aus der Kaku? Du könntest ihn mit speziellen Zeichen in den Chat anschreiben, die du in den Chat kopierst. Geht das immer noch? Geht das immer noch? Es gibt bestimmt noch Wege, mit denen du das machen kannst, ja. Wahrscheinlich nicht ganz einfach, aber es wird wohl noch gehen. Mann, dass es halt immer noch solche Sachen gibt, ne? Dass es halt richtig behindert. Dass du halt einfach nur über so einen scheiß Chat das halt machen kannst, ne? Ja. Richtig dumm. Zack. Zack. I, wie, wie ist's? Was brauchen wir eigentlich? Wir bräuchten eigentlich die Spinnen, glaube ich, oder? Wann spot eigentlich die richtige Spinne fünf Minuten davor, ne? Irgendwie sowas, ja. Hey, das gibt keine gute Belohnung hier für Spinnen, ey. Ja, meistens gibt's ja am Ende halt nur solche Mats, die halt, naja gut, die halt gebraucht werden für Rollenherstellung, ne? Aber... Ja, ich glaube, das war bei Spinnen auch so. Ja, ja, also, ja, natürlich, also, das meinte ich ja. Also, aber es gibt hier auf jeden Fall, gibt's hier weniger wie als ein Fino. Und, ähm, ja. Aber ich hoffe halt, dass die XP halt zumindest halbwegs vernünftig sind. Und scheinbar gehen ja, es gehen halt, wie gesagt, trotzdem immer noch relativ viele Leute hier rein. Also, denke ich schon, dass sich das scheinbar sogar lohnt, hier reinzugehen. Ja, die Spinne, die Kaku, von jeder Kaku in der XP angehoben. Und Spinne hat ja so schon viel XP gegeben. Also, dürfte sich schon lohnen. Ja, bin, bin, wie gesagt, bin ich halt wirklich mal gespannt drauf. Also, sechs Millionen XP brauchen wir. Also, ich glaube, nicht nur von einer Million oder, na, zwei Millionen werden, glaube ich, ich glaube, zwei Millionen werden, werden, glaube ich, lohnen, 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 lohnen,'s wert. Wie gesagt, man möchte ja auch nur, dass die Spieler halt irgendwie so langsam und so schnell wie möglich Richtung High-Level-Content kommen. Aber wenn man sich halt wirklich anschaut, wie lange der Black halt teilweise braucht, ne, gut, der, ich weiß jetzt nicht, ob er mega schnell spielt oder der macht auch natürlich auch viele andere Sachen noch nebenbei. Aber, wie lange er halt teilweise gebraucht hat, um halt einfach hochzuleveln, ne, das ist halt auch schon ganz schön heftig. Gibt zwar optimalere Wege wahrscheinlich, ne, um halt einen Charakter hochzuleveln, aber, puh, sind halt auch, sind halt so krass viel, viel Zeit, die du halt dafür aufwendest, halt diesen Char hochzuleveln. Crazy. Ja. Ja, die Zeit ist es mir heute, heutzutage halt einfach, eigentlich gar nicht mehr wirklich so richtig wert. Außerhalb jetzt vom Let's Play, ich habe nämlich überhaupt keine Lust mehr auf irgendwelche MMOs zu spielen. Und dabei ist so Fiesta Online, so als einziges verbleibendes MMO momentan, ähm, noch eine gute, gute Sache, muss man sagen. Oh. Ich muss jetzt die Tage mal anfangen, hier noch das, ähm, das eine Spiel überhaupt mal anzufangen, was mir ja ein Zuschauer geschenkt hat. Und, auch immer noch nicht dazu gekommen, reinzuschauen, ey. Oh, so viel, so viel los bei mir einfach. Dann bremsen mich immer noch irgendwelche Sachen aus, heute zum Beispiel, dann auch wieder Herr der Ringe mäßig, damit ich das Spiel wieder zum Laufen bekomme, habe ich auch wieder zweieinhalb Stunden gebraucht. Ah, super, ey. So, Spinne könnte jetzt mal kommen. Sollte gleich kommen. Na gut, bei 6 Minuten. In einer Minute. Ja. Wir brauchen immer noch schnelle und gewalttätige Spinnen. Ich glaube, die kamen dann bei Spinne selbst, ne? Weiß ich nicht. War so lange nicht mehr hier. Kann nur vermuten. Glauben wir schon. Ja, gut, zu viel Erfahrung gibt es hier für die Monster nicht, ne? 3000, 4000. Da ist sie, da ist sie, yay. 5 Minuten, 22, was ist das denn für eine komische Zeit? Ja, ist auch GG, ne? Wie war das hier? Boah, gut, geht ja noch, ja. die geht ja, oh, die fällt ja richtig schnell. Hier sind auch gewalttätige Spinnen. Oh, jetzt haben wir sogar bekommen, die eine. Und hier die schnelle Spinnen brauchen wir auch noch. Hat sie jetzt auch bekommen. Siehst du, weil der Jäger jetzt nicht mitmacht, bekommen wir sogar, haben wir sogar Vorteile. Der klaut uns wenigstens nicht die Kills. Ja, noch zwei. Wäre schön, wenn wir die halt noch bekommen würden. Oh, das sieht auch nicht so aus. Das kommt nichts mehr. Oh, das ist ja ultra nervig. Ich bin nur tot. Ja, ich bin jetzt tot. Irgendwie lagge ich. Ist kein Problem. ja gut, liegt wahrscheinlich daran, weil du halt, weil hier einfach viel zu viele Spinnen noch sind. Deine Spinnen. Ich habe in der letzten Zeit sowieso Probleme und da meine Tür jetzt auch zu ist, da ist eine fette, tragende Wand zwischen und mein Router ist richtig scheiße. Ach so, okay. Ja gut, über WLAN habe ich mir mittlerweile abgewöhnt, alles zu machen. aber ich finde WLAN einfach nur scheiße. Oh, nur 450.000. Wie viel? 450.000 bekommen. Was? Das ist nicht viel. Was? 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 Oh mein Gott. Es sind auf jeden Fall richtig wenig. Hätte ich nicht gedacht. leider. Ich dachte auch, es wäre mehr. Ähm, vorher waren es, wo steht es zu dir zu? Da. Ne. Hä? Doch da. Vorher waren es 320.000. Hä? Seid wann spawnt ihr Erz? Äh. Das ist neu. Hä? Das Erz ist neu. Ne, ich glaube, das kostet schon immer. Hä? Echt? Ich glaube schon. Ich habe ja noch nie Erz aufhinde in der Kaku gesinnt. Wobei es könnte sein, weil man früher vielleicht vor den Monstern weggerannt ist, glaube ich. Man musste ja früher, glaube ich, nur die Spinne selber killen, wenn du wirklich vielleicht alles gekillt hast. Ja. Das könnte vielleicht sein. Keine Ahnung. Oh, ich weiß es auch nicht. 21 Uhr ist ein Hexischwinner. Hä? Können wir ja reingehen. Ja, für 450.000 XP. Äh, nein, danke. Das machen. Hm, ich kann auch eine Quest bei Lagerverwaltter in Rainer abgeben. Ja, ich habe halt immer noch den Bug hier, dass ich mich nicht richtig bewegen kann. wenn ich jetzt so viele spiele sind. Was hast du für eine Maus abtastrate? Uh, wie meinst du das? Wie viel Herz deine Maus hat? Keine Ahnung. Ab 500 kriegt du jetzt da schon Probleme. wenn du eine Gaming Maus hast, wenn du eine Gaming Maus hast, dann wird sie daran liegen. könnte vielleicht auch daran liegen. Bist du kommt damit nicht so gut klar? Stimmt, die habe ich erst seitdem ich Ion spiele, die Maus. Ah. Oh, okay, gut. Kann natürlich sein. Kann natürlich sein. So, ähm, joa, gut, was brauchen wir denn? Pinkies, 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 Pixies, Pinkies. Was siehst du? Ich habe sogar noch hier. Ich habe hier sogar noch Curly's Lagerschlüssel. Was siehst du? Also geht schnell. So, wir bräuchten auf jeden Fall noch die Kristalle, ne? Die hatten wir ja nicht mehr weitergemacht, aber es ist halt die Frage, ob wir die jetzt noch machen. Aber gut, die Droprate war glaube ich relativ okay. Ja. So, ja etwas angepasst. Ja. So, dann würde ich sagen, gehen wir ja, dann machen wir einfach mal da drunter. Ne? Die gibt 1,3 Millionen. Das ist, die gibt einfach mehr als ich einmal spende. Die gibt halt, da bist du viel. Ne, dreimal sogar. Okay. Ungefähr. Okay, das ist auf jeden Fall leicht lächerlich. Bist du da? Ne, ne? Ich komme gerade runter. So. Ich schau dir mal los. Guck mal. Boah, kannst du machen oder kannst du auch drin lassen. Die bringen uns ja nichts. Naja gut, die schaden aber auch nicht, ne? Ja, kann man sehen, wie man will. Ja, wo schaden sie denn uns? Ja, ich musste gerade erst mal auf der Map schauen, welcher von diesen drei Punkten du bist. Achso, okay, gut. Okay, akzeptiert, hast du mich überredet. Okay. muss ich wieder auf die Drops achten hier. Wir sind da hinten. Ebenen. Was auch, was auch macht, ist mein, mein dummer Nachbar, wie der seine Musik anhat. Das nervt so hart. Ich hatte mal, wenn ich, warte mal, bin schon wieder gedanklich etwas weiter. Wir hatten mal einen Nachbarn gehabt und der unter uns und der hat dann halt, also, er meinte halt, dass wir trampeln würden, bla 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 und hat dann auch teilweise auch extra Musik angemacht, ne? Auch nachts und so, ne? Und die sind halt umgezogen hier in diese Stadt halt, ne? Und ich bin ja eigentlich so vom Land und vom Dorf halt eigentlich und dann kommt sie in so eine Stadt und dann hört er halt erstmal irgendwie so ein Lied von so einem Hamburger Rapper. Das geht, das geht so. Und wenn ich komm, ist euch Zeit zugehen, wenn ich komm, dann bleibt keiner stehen. Jaja, irgendwie so, keine Ahnung, das Lied ist fast auf dem Index irgendwie. Das ist halt irgendwie von so einem Hamburger Rapper nennt sich dann auch letzter Schultag oder sowas in die Richtung und ich denk mir nur, ich hab mal auf den Text geachtet und hab das dann halt mal selber eingegeben, um halt den richtigen Text dann halt auch mal zu hören, weil da hörst du ja auch nicht so alles richtig, ne? Und hab mir nur gedacht, oh mein fucking Gott. Also das ist schon ganz schön kranke Scheiße, ey. Ne, Swiss heißt der, Swiss, also wie die Schweiz halt, geschrieben, also nur auf Englisch halt, ne? So heißt der Rapper mit letzter Schultag. Der steht nicht, steht warum auch immer nicht auf dem Index, das hab ich irgendwie nicht so verstanden, da ist aber schon, also das Lied ist schon ganz schön heftig eigentlich. Ähm, kannst dir ja danach, nach der Aufnahme, kannst dir das ja mal reinziehen. Hahaha. Hab mir auch nur gedacht, okay. ja, wer ist nack? Ja, genau, richtig. So, das waren natürlich schon mal gute Zeichen für eine gute Nachbarschaft. So. Gut, ich hab wie meine, mir fehlt jetzt noch einer von den Pingis. Wie sieht das bei dir aus? Hm, ich hab acht. Du hast acht. Okay. So, dann hab ich jetzt hier die zehn. Ich hab neun. hier ist noch, hier rennt grad noch einer rum. Ja, der war grad mit uns in Spinne. So. Oh, der hat natürlich auch Bock hier schön mit Krieger alles alleine zu kloppen, ey. geil, ey. Der Erzkrieger, ey. Hast du jetzt alles? Du hast ja nur Arx gekillt. Äh, nein, da war noch ein Pingi dabei, Mann. Wo war denn der Pingi? Ja, da war wirklich grad noch ein Pingi. Ernsthaft. Bist du auf Folgen? Ja. So, zack. Ja, da sind sie. Eigentlich braucht man sogar noch mehr davon. Aber ich glaub, wir lassen das erstmal, weil wir sowieso vielleicht nochmal weiß gar nicht, ob wir bei den Kristallen nochmal mehr, nee, das ist die letzte. Das ist die letzte, ja. Okay, das war auf jeden Fall eine weitere Folge von Fieste Online. Ich bedanke mich fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.